Hallo und herzlich willkommen zum New 52 Reading Guide. Falls ihr das erste Video in dieser Playlist noch nicht gesehen haben solltet, dann würde ich euch an dieser Stelle bitten, das Ganze nachzuholen, denn es bildet den Grundstein für jedes Guide-Video in dieser Playlist. Ich habe dort Dinge erklärt, die ich hier nicht wiederholen werde, deswegen macht es einfach nur Sinn, wenn ihr hier einen Schritt zurück macht, selbst wenn ihr nur ganz bestimmte Batman-Serien lesen möchtet. Es macht einfach Sinn und ihr seid gewarnt. Wir haben ja in den letzten Videos schon einige Batman-Comics oder Bat-Family-Comics uns angesehen. Es sind auch gar nicht mehr so viele für den ersten Zeitabschnitt übrig und heute sehen wir uns dementsprechend Bat-Woman an, Cat-Woman und auch Birds of Prey, sowie den einzelnen Band hier oben tellen. Und ich würde sagen, den Anfang macht auch direkt hier Bat-Woman. Heute arbeiten wir uns einfach mal von rechts nach links vor. So, dazu zoomen wir einmal rein. Man sieht es direkt schon hier am Anfang. Die Serie befindet sich ganz rechts am Rand von dieser ganzen Bat-Family. Das hat den Grund, dass die nicht wirklich mit dem Rest der Familie verbunden ist. Das heißt, die ist recht losgelöst, diese Serie, und ihr könnt diese ganz gut am Stück lesen. Sie hat nichtmals hier Anteilhabe an die Nacht der Eulen oder hier der Tod der Familie oder sowas. Das zeigt einfach nur, wie losgelöst diese Serie vom Rest ist. Und die ist tatsächlich auch etwas anders aufgezogen. Sie hat eine etwas andere Prämisse. Sie hat eher mit dem Übernatürlichen zu tun. Das heißt, die ganzen Widersacher sind irgendwelche Mutanten oder Geister oder Vampire oder was auch immer. Was erstmal sehr cool klingt, denn ich bin ja ein Monster-Fan. Und ich war dennoch nicht besonders angetan von diesem Run. Warum das so ist, sage ich gleich. Wir gucken uns erstmal an, was wir hier überhaupt haben. Das hier ist Bat-Woman Band 1 Hydrologie. Und dieser Band beinhaltet die Issues Bat-Woman 0 bis 5. Der Run ist geschrieben und gezeichnet von J.H. Williams III. und auch von William Hayden Blackman. Und danach rotieren die Artists auch so ein bisschen hier durch. Dann haben wir hier den zweiten Band. Das ist Ertrinkende Welt. Dieser Band beinhaltet die Issues Bat-Woman 0 bis 11. Wie ihr seht, die neunte Issue ist auch wieder vorhanden. Sie hat nichts mit der Nacht der Eulen zu tun. Bat-Woman hat zwar ein paar Gastauftritte. Ich glaube, einmal in Bat-Girl. Wenn mich nicht alles täuscht, wir können auch eben mal hier rüber gucken. Ich glaube, die ist hier sogar auf dem Cover, genau. Der Auftritt hier ist recht cool. Bat-Girl sieht so ein bisschen zu ihr auf. Hat mir sehr gefallen. Aber es wird in dieser Serie hier nichtmals wirklich erwähnt. Von daher ist es eigentlich recht egal. Das heißt, das sind meistens so Tie-Ins und keine richtigen Crossovers. Zudem taucht sie, glaube ich, auch in der Serie Batman & Robin Eternal auf. Und dann haben wir hier einmal Band 3. Das ist Monster Brut. Dieser Band beinhaltet die Issues 12 bis 17 und Bat-Woman 0. Und dann haben wir hier einmal Band 3. Direkt auf der Forever Evil-Linie haben wir hier Bat-Woman 4, Blutsbande. Und dieser Band beinhaltet die Issues Bat-Woman 18 bis 23. Das ist Band 5, Netze. Dieser Band beinhaltet die Issues Bat-Woman 24 bis 31. Sowie Bat-Woman Annual 1. Und der letzte abschließende Band ist Bat-Woman 6. Allgemein ist dieser ganze Run leider etwas enttäuschend. Ich hatte tatsächlich sehr viel Lust, das Ganze zu lesen. Und ich habe mir das Ganze auch bei Thomas Judge nochmal angeguckt. Und er sagt so ziemlich das Gleiche wie ich. Deswegen sind wir da wirklich einer Meinung. Dieser Run hier hat eigentlich sehr, sehr viele Sachen, die das Ganze gut machen könnten. Das Setup ist eigentlich richtig gelungen. Bat-Woman ist hier lesbisch. Nur für diejenigen, die es irgendwie triggert oder sowas, dass ihr Bescheid wisst. Ich hatte damit kein Problem an der Stelle. Sie hat dadurch aber auch eine sehr interessante Beziehung zu einer Polizistin. Und das Ganze macht es schon ein bisschen interessanter, weil sie ja eigentlich eine Vigilantin ist. Und dann ist sie mit einer Polizistin zusammen. Das Ganze endet häufiger mal in einem Konflikt und sowas. Was das Ganze ja interessant macht an sich. Sie hat auch eine sehr schwierige Beziehung zu ihrem Vater, der glaube ich beim Militär ist oder sowas. Falls ich mich noch richtig erinnere. Das heißt, das Ganze drumherum in dieser Serie stimmt. Man hätte sehr, sehr gute Geschichten damit schreiben können. Allerdings sind die Widersacher hier leider sehr schwach. in diesem ganzen gesamten Run. Denn wenn man sie die ganze Zeit gegen irgendwelche Horden von Mutanten antreten lässt oder gegen irgendeinen Geist, dann muss man auch diese entsprechend aufbauen. Es ist ein Superhelden-Comic und da hängt es schon sehr stark davon ab, wie gut euer Widersacher auch ist und nicht nur, wie gut euer Held ist. An sich ist sie ein cooler Charakter in diesem Comic, aber es fehlt leider so ein bisschen das Gegenstück. Und das bleibt in der gesamten Serie so. Das heißt, ja, das ist halt, ich bin kein wirklicher Fan gewesen. Es ist ganz gut gezeichnet, auch wenn mir die Panel-Verteilung gerade hier in den ersten Wänden nicht so gut gefallen hat wie manchen anderem. Ich fand es ein bisschen verwirrend dadurch tatsächlich. Aber ja, ich kann euch ja mal ein Bild einblenden oder zwei. So sieht das Ganze aus. Dann seht ihr das Ganze jetzt auch. Es sieht schon ganz cool aus, finde ich. Aber es bleibt halt wirklich unter jeder Erwartung irgendwo. Deswegen kann ich das nicht vollen Herzens empfehlen. Ich habe den Run auf jeden Fall nicht behalten. Aber ja, ihr wisst jetzt, dass der ganze Run hier vollständig ist und man kann ihn so ziemlich am Stück auch lesen. Ihr werdet eigentlich alles verstehen können. Dann kommen wir hier zu Catwoman. Das Ganze ist auch so ein bisschen komplexer gestaltet. Ich zoome wieder so ein bisschen weiter rein. Wir haben hier Catwoman 1, Spieltrieb. Dieser Band beinhaltet die Issues Catwoman 1 bis 6 und ist geschrieben von Jud Winnig. Dann haben wir hier Band 2, Brüchige Bündnisse. Dieser Band beinhaltet die Issues Catwoman 7 bis 12 und ist ebenfalls von Jud Winnig. Die Nacht der Eulen geschieht hier halt auch nicht in Sonderband 40. Hier ist alles enthalten, alles gut. Zunächst einmal muss ich sagen, das sind die einzigen zwei Bände, die ich von diesem Run hier behalten habe. Ich finde, Jud Winnig trifft den Charakter an dieser Stelle hervorragend. Er fängt Catwoman wirklich sehr, sehr gut ein und er schreibt auch interessante Storys um sie herum. Und das Ganze hat mir wirklich sehr gefallen. Deswegen, die ersten beiden Bände sind absolut mein Fall. Es gab aber ein paar kritische Stimmen, weil er eine Beziehung zwischen Catwoman und Batman dargestellt hat, wie sie sonst immer nur angedeutet wird. Er hat halt eine recht heiße Romanze den beiden gegönnt hier und gezeigt, was sie so auf den Dächern und den Wohnungen miteinander treiben könnten. Und dabei sind auch ein paar Sachen zu Bruch gegangen. Das heißt, er hat halt ihre sexuelle Beziehung zueinander dargestellt. Und das ist so ein bisschen sauer aufgestoßen bei manchen. Deswegen verlässt wahrscheinlich auch, ich kann es nicht mit voller Sicherheit sagen, aber ich vermute es einfach, Jud Winnig nach diesem Band hier Catwoman. Und der Run wird weiterhin dann von N. Nocenti geschrieben. Und ich muss sagen, ab dieser Stelle ist der Run auch ein Stückchen besser sogar noch gezeichnet. Allerdings verliert er immer mehr an Substanz und wird leider immer schlechter, meiner Meinung nach. Das ist Band 3, Schach dem Joker. Und dieser Band beinhaltet die Issues Catwoman 13 bis 17 und Issue 0. Hier ist Jud Winnig noch als Writer mit aufgezählt. Ich glaube, der hat hier noch 1 bis 2 Issues oder sowas, um das Ganze zu Ende zu bringen, was er da begonnen hatte. Und dann übernimmt auch N. Nocenti. Dieser Band hier beinhaltet Tod der Familie mit Joker. Also das Event, das wir hier kennen. Aber es findet ja eigentlich vor dem Event statt, wie ihr seht. Das eigentliche Event findet hier oben statt, im dritten Band. Das findet hier so ein bisschen vor dem Event statt. Und ja, der Joker will so ein paar Sachen von Catwoman wissen. Und mir hat dieser Band tatsächlich auch ganz gut gefallen. Aber es hat nicht gereicht, um ihn tatsächlich dann zu behalten. Denn das sind ja wieder nur ein paar Issues praktisch dazu. Vielleicht sogar nur eine. Und dann geht es weiter mit N. Nocentis Abenteuer. Deswegen habe ich das Ganze nicht behalten. Aber an sich hat mir das alles schon gefallen, wie der Joker dann mit Catwoman umgesprungen ist. Es ist aber mehr eine Art Tie-In als ein Crossover oder sowas. Das heißt, Catwoman spielt jetzt an dem Event nicht direkt mit, sondern sie hat Kontakt zu Joker davor. Das ist ein bisschen anders als der Rest der Bad Family. Dann haben wir hier Band 4, Bandenkrieg. Und dieser Band hier beinhaltet Catwoman 18 sowie 20 bis 21 und Catwoman Annual 1 und ist jetzt komplett von N. Nocenti an dieser Stelle geschrieben. Und ist noch okay, würde ich sagen. Issue 19 befindet sich in Justice League of America Heft Nummer 2. Wir gehen mal eben an dieser Stelle, dass ihr auch seht, was ich meine. Das ist hier. Da ist auch Catwoman drauf auf dem Cover. Das Ganze gab es ja nur in Heftform. Und da folgt das Ganze den Geschehnissen in der Justice League of America, wo Catwoman bei der Secret Society einbricht. Darüber haben wir ja schon in den Videos zu den Justice League Serien hier gesprochen. Es ist komplett skippbar für die Serie Catwoman selbst. Das heißt, ihr müsst das Ganze nicht gelesen haben. Ihr müsst jetzt nicht extra ein Heft kaufen oder sowas. Es reicht vielleicht jetzt, dass ihr wisst, dass es dort passiert ist. Aber es kommt auch nicht mehr wirklich in der Serie auf. Von daher ist es recht irrelevant. Kann man auslassen. Dann haben wir hier einmal... Moment. Ein bisschen wieder weiter reinzoomen. Dann haben wir hier einmal Band 5 im Untergrund. Und dieser Band beinhaltet die Issues Catwoman 22 bis 26 und ist einfach nur schlecht. Catwoman ist hier im Untergrund von Gotham unterwegs und trifft Jokers Tochter. Das ist mein meistgehasster Charakter in der ganzen New 52. Und ich vermute mal, dass er sogar von Innocenti erfunden wurde. Ich konnte diesen Band absolut nicht ausstehen. Und er hat mir absolut keine Freude bereitet. Wenn ihr das mögt, dann mögt das weiter. Ich werde euch das nicht nehmen. Aber ich mochte es überhaupt nicht und kann es an dem Punkt halt nicht empfehlen. Wenn ihr jetzt ein Freund von mir wärt, ich würde euch diesen Comic einfach nicht empfehlen können. Dann folgen wir einfach nur der Zeitlinie. Und bevor wir an den nächsten Band kommen... Catwoman 27 und 28 sind nicht im Run enthalten. Sie sind Teil des Govtopia-Events und befinden sich in Detective Comics 5. Das Event war leider auch nicht besonders gut und ist daher komplett skippbar. Ihr könnt das Ganze einfach auslassen. Hier ist der Band, bevor ich hier zu lange suche. Dieses Event hier, das ist ja der Event-Band, hatte ich euch auch schon vorgestellt in einem Video. Dieses Event war nicht gut und darauf wird auch keine Rücksicht genommen oder was auch immer in dem eigentlichen Catwoman-Run. Das heißt, ihr könnt auch das komplett skippen. Es ist komplett irrelevant. Diese beiden Issues kann man einfach komplett ignorieren. In dem Fall ist Catwoman eigentlich recht einfach lesbar. Dann haben wir hier jetzt Catwoman-Band 6, Wettkampf der Diebe. Dieser Band beinhaltet Catwoman 29 bis 34. Ich dachte, okay, endlich kehrt Endosenti so ein bisschen wieder zu dem zurück, was Catwoman ausmacht. Dieses diebische Dasein. Es war aber leider recht langweilig und hat mich auch nicht besonders stark gejuckt. Also das wäre jetzt meine Meinung dazu. Und dann kommen wir, ja, kann man das kontrovers nennen? Ich weiß es nicht. Manche mögen es, manche mögen es überhaupt nicht. Ich mochte es an dem Punkt leider auch nicht. Aber das ist Band 7, Catwoman Eternal. Und dieser Band beinhaltet die Issues Catwoman 35 bis 40, sowie Catwoman Annual 2, Futures End, Catwoman 1 und ist diesmal geschrieben von Genevieve Valentine und Sholly Fish. Das ist mittlerweile die CU-Stuff. Und die DCU-Zeit steht ja so ein bisschen dafür, dass man mit den Charakteren was vollkommen anderes gemacht hat, als man es kennt. Und hier, das ist wieder der Fall. Ihr könnt euch das Ganze so vorstellen, dass Catwoman an diesem Punkt hier die Patin ist und eine Mafia-Familie leitet. Wie das Ganze dazu gekommen ist, ergibt tatsächlich Sinn. Denn in Batman Eternal haben wir das Ganze gelesen. Habt ihr ja mit Sicherheit gelesen. Das gehört so ein bisschen zur Hauptserie. Und Catwoman ist da im Gothamer Gefängnis, wenn mich nicht alles täuscht, und trifft einen interessanten Charakter, der Zellengenosse ist von Jim Gordon zu dem Zeitpunkt. Und ja, ich möchte an dieser Stelle natürlich nichts spoilern, aber das führt eben dazu, dass Catwoman dann in diese neue Rolle schlüpft. Sie taucht unter anderem aber auch in dem Run auf als Clubbesitzerin. Und da hat sie schon diese Klamotten an. Falls ihr euch zu diesem Zeitpunkt hier zu Batman Eternal gefragt habt, was das Ganze auf sich hat, ich glaube, wie hieß denn der Club? Irgendwie die Sphinx oder sowas. Dann werdet ihr das Ganze hier in diesem Run erfahren. Catwoman hat hier eine neue Rolle. Und ihr könnt das Ganze als eine Art Mafia-Comic sehen. Mir hat das Ganze nicht gefallen, weil es recht langweilig war aus meiner Sicht. Es hat überhaupt nicht zu Catwoman gepasst. In den meisten Fällen hat sie vollkommen anders auf Dinge reagiert, als Selina das je würde. Und dann haben sie ihr auch noch eine Beziehung mit einer Frau angedichtet, um ihre bisexuelle Seite darzustellen. Seitdem gilt Catwoman auch als bisexuell. Wenn mich nicht alles täuscht, davor gab es solche Fälle, glaube ich, nicht. Und die Beziehung war absolut viel am Platz, meiner Meinung nach, weil Catwoman an sich mit diesem Charakter nicht wirklich irgendwas verbunden hat. Die Writer haben zwar so ein bisschen darauf hingewiesen, dass Catwoman diese Person eventuell nur mag, weil sie mal ihr Kostüm getragen hat, was auch schon merkwürdig genug war. Aber ich konnte dem Ganzen wirklich nichts abgewinnen. Es tut mir leid für diejenigen, die das Ganze mögen. Ich weiß, es gibt eine Menge Fans. Für mich war das nichts. Und das waren zwei Teile im Endeffekt. Wir haben hier Band 8, ein neues Gotham. Dieser Band beinhaltet die Issues Catwoman 41 bis 46 sowie Convergence Swamp Thing 2 und ist weiterhin von Genevieve Valentine. Hier wird ihre Saga zu Ende erzählt. Wie gesagt, ich fand diese beiden Bände auch nicht wirklich lesenswert. Und ja, das ist so meine 5 Cent dazu. Und dann kommen wir hier zum abschließenden Band. Das ist Catwoman 9 auf der Flucht. Dieser Band beinhaltet die Issues Catwoman 47 bis 52 und ist diesmal von Frank Thierry. Das ist praktisch so die Redeem-Arc von den Bänden 5 bis 8. Aber auch nicht sehr gut, sondern nur okay bis gut. Er versucht eigentlich nur die ganzen Fehler, die in diesem ganzen Run geschehen sind, wieder gut zu machen, indem er Catwoman so wieder auf die richtige Spur bringt. Indem er aus Selina wieder Catwoman macht, wenn man so will. Und ja, nach dieser Logik hat mir dieser Band schon etwas eher gefallen. Man hat so ein bisschen auch gesehen, was durch diese ganzen Entscheidungen für Catwoman wirklich mit ihr passieren würde oder was das für Konsequenzen hätte, wenn man das alles so gestalten würde, wie sie es gemacht haben. Aber es war halt dadurch auch nicht unbedingt gut und hat es leider auch nicht in meine Sammlung geschafft. Nur, dass ihr so einen kleinen Überblick habt. Ich werde ja irgendwann auch meine Sammlung zeigen. Dann werdet ihr sehen, was ich behalten habe und was nicht. Für diesen Run gilt einfach nur, dass ich die ersten beiden Bände von Judd Winick behalten habe. Ich fand es ein bisschen schade. Ich mag Catwoman sehr. Somit ist das Ganze hier abgeschlossen und wir kommen jetzt zum nächsten Comic-Run oder zum vorletzten, besser gesagt. Und das ist hier Birds of Prey. Kennt ihr Birds of Prey? Wahrscheinlich schon. Ist eine kleine Frauentruppe. Dazu zählen hier Bad Girl, Black Canary, Katana ist eine Weile dabei, aber auch für eine kurze Zeit Poison Ivy. So wie dieser Charakter, dessen Namen ich immer wieder vergesse. Das ist eine Frau mit zwei Knarren oder mit einer Knarre. Ich weiß nicht mehr, die auf jeden Fall ein Tattoo hat auf dem Arm. Das hier ist Megaband 1, Kontrollverlust. Und dieser Megaband beinhaltet die Issues Birds of Prey 0 bis 12. Und das ist ganz okay. Dann haben wir hier den zweiten Megaband. Das ist Intrigen und Verrat. Und dieser Megaband beinhaltet die Issues Birds of Prey 13 bis 27, sowie Talon 9. Die Serie Talon hat hier also eine kleine Überschneidung. Ihr müsst dafür aber nicht Talon gelesen haben. Hier gibt alles komplett Sinn. Ihr braucht nicht mal an Talon zu denken. Es gibt nur diese eine Issue da drin, dass diese ganze Story-Arc Sinn ergibt. Und ja, man muss dafür Talon nicht gelesen haben. Hier gibt es natürlich ein kleines Crossover auch mit der Nacht der Eulen. Hier haben wir dann auch einen neuen Charakter, den wir, glaube ich, in Issue 9 von Bad Girl kennengelernt haben, nämlich Strix. Den Charakter mochte ich tatsächlich wirklich sehr in der ganzen New 52. Aber bevor wir hier an den letzten Megaband kommen, gibt es auch hier wieder zwei Issues, die hier fehlen in diesem Run. Und die sind auch wieder Bestandteil von dem Event Govtopia. Ich hoffe, ich finde das Ganze jetzt auf Anhieb. Ich glaube, ein bisschen weiter unten ist es. Hier in diesem Band von Detective Comics. Das ist Detective Comics 5. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hatte. Das ist Govtopia. Und Birds of Prey ist da auch wieder Bestandteil von. Und ja, absolut skippbar dadurch. Das Event war, wie gesagt, auch nicht wirklich gut. Und dann haben wir hier schließlich den abschließenden Megaband. Das ist Megaband 3. Die letzte Mission. Und dieser Megaband beinhaltet Bad Girl Annual 2 sowie Birds of Prey 29 bis 34 und Birds of Prey Futures End 1. Die Futures End Issues, wie gesagt, die könnt ihr skippen. Das sind eigentlich Issues, die auf der zweiten Karte folgen werden und zu etwas vollkommen anderem gehören. An dieser Stelle könnt ihr die einfach immer auslassen. Egal in welchem Buch. Habe ich, glaube ich, schon öfter mal erwähnt. Und somit haben wir das Ganze nun durchgesprochen. Jetzt bleibt nur noch ein Megaband. Dieser hier. Das ist tatsächlich ein wirklich gigantischer Megaband. Der hat über 400 Seiten. Das ist, glaube ich, sogar der dickste Megaband der ganzen New 52 und hat den Namen tatsächlich auch verdient. Den habe ich neulich sogar extra noch mal für euch noch mal gelesen, um mir eine Meinung davon zu bilden, dass ich das Ganze so ein bisschen euch auch besser erklären kann. Bei manchen Runs weiß ich es noch tatsächlich sehr, sehr gut. Bei anderen muss ich das Ganze noch mal komplett nachlesen, damit ich euch hier keine falschen Infos liefere. Und das war so ein bisschen der Fall. Das ist Talon Megaband 1. Und das Ganze gehört natürlich so ein bisschen zu dieser ganzen Eulen-Saga von Batman. Dementsprechend habe ich mich riesig drauf gefreut. Man folgt hier nämlich einem Talon, der allerdings abtrünnig ist und nichts mit den Geschehnissen im Batman zu tun hat. Das heißt, das hier ist eine recht eigenständige Geschichte, die man einfach so lesen kann. Dieser Megaband hier, den Geheimbund von Gotham, beinhaltet Talon 0 bis 17 sowie Detective Comics 19 und Birds of Prey 21. Da das Ganze ja eine Überschneidung hat mit den Birds of Prey, ist hier natürlich auch eine Issue von Birds of Prey mit eingebaut. Detective Comics gehört aber ganz fest eigentlich zum Run dazu und ist einfach nur Bestandteil davon sozusagen. Das macht einfach Sinn, wenn man das Ganze am Stück liest, dann werdet ihr das Ganze auch gut verstehen können. Dieser Megaband hier ist sehr dick und wurde von verschiedenen Leuten geschrieben. Unter anderem Scott Snyder, aber auch James Tinian IV. und einigen anderen Leuten. Also das waren wirklich eine Handvoll Autoren, die hier abwechselnd übernommen haben und verschiedene Sachen hiermit gemacht haben. Und man merkt es dem Band leider auch so ein bisschen an. Zu Anfang fand ich den tatsächlich sehr, sehr gut. Ich vermute mal, dass der Anfang von Scott Snyder und James Tinian stammt. Und dann flacht das immer weiter so ein bisschen ab. Dann nimmt es wieder ein bisschen Fahrt auf und dann wieder das Gleiche und immer wieder so weiter. Dementsprechend ist dieser Megaband hier allgemein nur mittelmäßig. Mehr kann ich diesem Megaband nicht geben. Ihr müsst ihn auch nicht wirklich unbedingt gelesen haben. Ihr könnt ihn an dieser Stelle auch auslassen. Eigentlich hat dieser Band nämlich auch alles, was man braucht. Einen interessanten Charakter, der wiederum Beziehungen hat, der wiederum eine coole Backstory hat und auch einen sehr krassen Widersacher in dem Fall oder sogar mehrere. Und diese ganzen Eulen-Geschichten gehören natürlich auch dazu. Also alles in allem, alles, was mich sehr interessiert hat. Aber es war trotzdem stark unter meinen Erwartungen geblieben und es hatte auch einfach viel zu viele Sprechblasen mit viel zu wenig Entwicklung in diesem Comic. Und sowas mag ich halt gar nicht. Und hier hatte man oft das Gefühl, die reden halt irgendwie zehn Minuten lang in einem Raum über ein und dasselbe Thema und so teilweise. Und dazu kommt, dass er halt auch nicht wirklich sehr gut gezeichnet wurde. Teilweise okay und teilweise wirklich sehr mittelmäßig. Also ja, ein bisschen schade ist das Ganze schon. Nicht jedermanns Sache. Es gibt ja dieses eine Crossover mit Birds of Prey. Das muss ich noch ein bisschen ansprechen, dass ihr das auch mitbekommt, denn hier ist es wirklich erwähnenswert. In dieser Issue mit dem Crossover von Birds of Prey sehen wir, wie Talon hier eine Person jagt, die wirklich auch zu den Birds gehört. Was mit dieser Person geschieht, erleben wir in diesem Megaband aber nicht wirklich. Das passiert in der Serie Birds of Prey. Wenn ich euch das jetzt sage, dann kommt natürlich das Gefühl auf, ihr müsstet die andere Serie dafür lesen. Ihr könnt es auslassen. Mr. Freeze macht auch Jagd auf diese Person, die besagte. Und der erledigt den Rest in der Serie Birds of Prey, wie gesagt. Und wenn man damit leben kann, das zu wissen, reicht das eigentlich aus. Lest einfach weiter. Dieser Arc ist sehr, sehr schnell abgeschlossen. Das heißt, die Issue darauf beschäftigt sich schon gar nicht mehr damit. Und dann kann man das Ganze auch wirklich auslassen. Also macht euch nicht so einen großen Kopf darum. Dann gibt es nur noch eine Sache, die dazu erwähnenswert wäre, und zwar die Story-Arc rund um Bane. Im ersten The Dark Knight Band hier von David Finch landet Bane später irgendwo im Abgrund nach der Begegnung mit Batman und diese Ereignisse führen dann schließlich zu den Ereignissen im Megaband Talon. Bane mischt da nämlich fleißig mit und bildet auch so ein bisschen in dieser Story-Arc den Auftakt Moment zu seiner Invasion später, die zu Forever Evil stattfindet im Batman Sonderband 44. Hier nämlich Arkham War. Und diese ganze Story-Arc, dieser ganze Auftakt, warum Bane dahin spaziert, befindet sich im Megaband Talon. Das ist vielleicht noch erwähnenswert. Man muss das Ganze aber nicht kennen, um Arkham War zu lesen oder sowas. Das macht da nicht so viel Sinn. Ich hab's euch ja schon mal erklärt. Type-J-Leser. Somit füllt sich praktisch so das Puzzle-Bild. Dann hat man das Ganze beisammen und versteht auch die Details dahinter. Aber an sich ist das nicht wirklich connected. Das ist halt die Vergangenheit und später hier die Begebenheit. So, dann hätten wir das Ganze jetzt durchgesprochen. Ich bin heute so ein bisschen mehr ausgeschwiffen. Ich hab euch öfter mal meine Meinung dazu gesagt oder was auch tatsächlich in diesen Bänden stattfindet. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich wurde ja, wie gesagt, darum gebeten, so ein bisschen mehr dazu zu sagen. Vielleicht macht das dem einen oder anderen auch Appetit auf den jeweiligen Comic. Wir haben nun den ersten Zeitabschnitt von den ganzen Batman-Comics auch durchgesprochen. Das heißt, was als nächstes folgt, ist die DCU-Ära. Und das werden wahrscheinlich noch so zwei bis drei Videos sein. Und dann haben wir die gesamte Bat-Family durch. Jetzt besprechen wir nur noch die erschienenen Formate, wie immer eigentlich. Und das waren hier bei Batwoman einfach nur sechs Paperbacks in Softcover. In einem anderen Format gab es diesen Comic nicht, meiner Information nach. Also einfach nur sechs Softcover-Paperbacks. Für Catwoman so ziemlich das Gleiche. Es gab neun von den Bänden. Die sind alle nicht allzu dick. Und auch ebenfalls nur in Softcover. Birds of Prey, das hatte ich eigentlich schon dazu gesagt. Das sind drei Megabände. Die sind dick und in Softcover natürlich. Und Talon ist ein einzelner Megaband. Der dickste von der ganzen New 52. Der hat über 400 Seiten. Ist recht schwer. Und ja, ein tatsächlicher Megaband. So kann man das Ganze bezeichnen. Ebenfalls natürlich nur Softcover dadurch. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch heute geholfen. Beziehungsweise gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn dem so war. Das ist natürlich wichtig für mich. Und abonniert auch gerne meinen Kanal, falls ihr das noch nicht erledigt habt. Und wie immer, falls noch Fragen sein sollten oder ihr etwas nicht verstanden habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde natürlich darauf eingehen und versuchen, das Ganze möglichst schnell zu lösen. Und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video wieder. Bis dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. 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 Tschüss.